Hallo Leute, Takeo hier. Ich möchte ein kurzes Video machen, nur um euch darauf hinzuweisen, dass gerade im Gem Store ein besonderes Item verfügbar ist, und zwar nur für 24 Stunden. Und zwar sind das diese riesigen schwarzen Flügel, die einfach richtig, richtig cool aussehen und schon ein kleines bisschen übertrieben sind, meiner Meinung nach. Und ja, falls ihr diese Flügel haben wollt, solltet ihr jetzt am besten schnell reinkommen, denn die Preise werden auch immer, immer teurer. Ich werde jetzt mit den Flügeln erstmal eine Weile rumrennen, weil die ziemlich nice aussehen, aber werde sie dann wahrscheinlich später wieder ausschalten. Die Flügel kosten ungefähr 100 Gold zu einem Preis von 500 Gems, jetzt im Moment. Das wird sicher jetzt eine Weile steigen, deswegen solltet ihr so schnell wie möglich online kommen. Aber ich finde die ziemlich cool und falls ihr die auch haben wollt, dann beeilt euch. Und ja, das war es auch schon von meiner Seite aus. Viel Spaß mit den Flügel, falls ihr euch entscheidet, sie zu kaufen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut Leute, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.